Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr schnell und einfach eure Zündkerzen am Roller rauschen könnt. Dazu mache ich erst die Klappe auf. Kann man besser von oben durch gucken, man muss sie nicht unter den Roller legen. Als nächstes muss der Zündkerzenstecker ab und schon kann man die Zündkerzen mit einem Zündkerzenschlüssel herausschrauben. Dazu löse ich einfach die Zündkerze und kann sie mit der Hand herausdrehen. Bevor ihr die neue Zündkerze einbaut, könnt ihr natürlich die alte Zündkerze angucken, wie das Zündkerzenbild ist. Dann könnt ihr wissen, ob euer Roller vielleicht zum Acker oder zu Fett läuft und ihr gegebenenfalls den Vergaser anpassen müsst. Danach könnt ihr einfach die neue Zündkerze hereinschrauben und gut festziehen mit dem vorgegebenen Drehmoment. Es liegt so zwischen 10 und 40 Newtonmeter je nach Gewindedurchmesser und was für ein Zylinderkopfmaterial verwendet wird, Aluminium oder Gusseisen. Bei dem Roller ist es zum Beispiel 25 bis 35 Newtonmeter. Danach kann der Zündkerzenstecker einfach wieder raufgesteckt werden und schon habt ihr die Zündkerze getauscht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!